hallo und herzlich willkommen zum vierten rennen in der anfang der liga beim das vermächtnis und ja das ganze findet statt im massagedorf drei runden sonst werden fahren wir jetzt mit der fairlie die hier von nissan die version s wenn die z-version s so und dann geht auch gleich schon los änderungen in den einstellungen sind nicht geplant so wir kommen sie noch mal kurz an und wenn ich das richtig jetzt gesehen habe und im hinterkopf ist das das vorletzte rennen in der anfang liga dann geht es endlich in die amateurliga so jetzt geht es aber erst mal hier los und er sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ich selber nicht ganz vor Ort so 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 No mal, du kannst. bisher läuft eigentlich ganz gut die machen oder zumindest mal sich platzmäßig bisher relativ viel glück bisher und ich habe nichts sagen sollen aber nichts dazu darf es auch an den beiden ganz gut vorbeigekommen nur noch die zweite vorne dann Um, um, um. Oha, wollte der mich doch überholen hier. So, der war auch böser Bube. Und ich hoffe sie nicht. Da, quietchen die Reifen. So, der war auch böser Bube. Und auf in die letzte Runde. So, der war auch böser Bube. So, der war auch böser Bube. So, der ist nahe wie vor relativ dicht innen dran. Und dann kommt er schon um die Ecke. Jetzt zuviel missbauen wäre ungünstig. So, der war auch. So, der war auch böser Bube. Und dann geht es hier schon mal Richtung Ziel. Jibiii. Ja, sehr schön. 15.000 Geld jetzt mit Fehlerfrei Bonus. 430 Meilen. Und 396 Erfahrungspunkte. Yeah. Und, ähm. Ja, dann gehen wir mal in die Wiederholung. Die Einstellung noch schnell anfassen. Und dann genießt mal etwas mehr wie die erste Runde. Viel Spaß dabei. Verwärter wie die zweite Runde. Die Einstellung noch in die dritte Runde. Die Bordeaux. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020